Guten Morgen, liebe Kinder. Lass uns ganz schnell den Kalender öffnen. Ich bin schon ganz gespannt, was sich heute im 19. Türchen alles so befindet. Da kann ich schon mal ein grünes Geschenk erkennen mit einem lilanen Geschenkband und ein rosa Teddybär, genauso einer, wie Sarah ihn hat. Ich hoffe, das kleine Mädchen freut sich über den Teddybär. Ach, Klasse, der Teddy passt genau in die Geschenkekiste hinein. Nur noch den Deckel drauf und fertig. Auch ihr seid es, liebe Kinder. In fünf Tagen ist schon Heiligabend. Das Geschenk für das kleine Mädchen habe ich schon. Aber was schenke ich denn der Frau? Habt ihr vielleicht eine Idee? Ihr könnt es mir ja unten in den Kommentar schreiben. Aber vorher ab in die Schule. Da wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen dann. Ciao, ciao. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017